Hallo, ich bin die Merve und bin hier im interkulturellen Projekt Bund und Quer. Ich mache selbst Workshops, nehme an Diskussionen teil und gehe auch auf Erwachsene zu. Ziel dieses Projektes ist es herauszufinden, was uns gemeinsam ausmacht. Der Japan Workshop ist ein Teil dieses Projektes und hier haben Mädchen die Möglichkeit, sich über andere Kulturen auszutauschen, informieren und sie kennenzulernen, indem sie eben Mangas zeichnen, Sushi essen, Kalpis trinken und Animes kennenlernen. Die Möden im Akkabelsen ist eine Art von der Kulturen auszutauschen. Die Möden im Akkabelsen ist eine Art von der Kulturen auszutauschen, die sich mit dem Akkabelsen aufzutauschen und die Möden im Akkabelsen. Also, es ist ein Teil dieses Projektes und ein paar Blöden im Akkabelsen. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018